Moin Moin, Hallihallo und damit recht herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin wie immer der Steven. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht es schon hier im Vordergrund. Es geht heute um eine Spezialanfertigung für den Modellbahnhof, für 20 Jahre Modellbahnhof. Ich muss dazu sagen, den Modellbahnhof, den gab es schon an verschiedenen Standorten in Gollitz. Zwei Stück müssen es gewesen sein, aber immer in der Stadt, also in der Altstadt sozusagen. Du musst mit größeren Räumen dann am Ende. Jetzt sind wir hier auf dem Elisabethplatz zu finden. Vorher gab es dem Modellbahnhof eine Straße weiter. Das müsste der Klosterplatz sein oder die Klosterstraße, wie auch immer. Da sind wir nicht mehr zu finden. Also merkt euch, Elisabethstraße 7. Ja, genau. Elisabethstraße 7 in Gollitz. Es steht alles unten und auf der Internetseite. Parkplätze sind immer da. Bloß ob sie frei sind, ist die große Frage. Aber jetzt zu der Lok. Diese Lok ist nämlich eine kleine Besonderheit. Nicht nur in der Bedruckung, sondern auch dafür, dass diese Lok dem Modellbahnhof keinen Cent gekostet hat. Diese Lok hat der Modellbahnhof nämlich von Tillich geschenkt bekommen. Zum 20-jährigen Geburtstag sozusagen. Und dann muss ich sagen, Props gehen raus an Tillich. Das habt ihr gut gemacht. Es ist sicherlich nicht immer einfach, auf die Kundenwünsche einzugehen. Das wissen wir alle. Manche Kunden sind spezial. Aber am Groben und Ganzen super Zusammenarbeit. Auch mit dem Vertreter, der dafür zuständig ist. Ich habe ja mit dem Ingolf gesprochen vorher, bevor ich das Video hier aufnehme. Und zufrieden sind wir auf jeden Fall. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Aber wir wollen uns natürlich auch mal die Baureihe angucken. Das ist nämlich die Baureihe 183, der Taurus sozusagen. Mit Artikelnummer 04967. Eine Vorführ-Lokomotive von Siemens. Deswegen ist sie weiß. Weil die wird ja in keinem farblichen Design. Die wird dann einfach weiß gelassen. Mit dem hier jetzt, mit roten Türen. Wahrscheinlich als Warmwirkung. Wer weiß. Auf jeden Fall haben sie sich das Modell genommen. Gut, okay. Tun wir mal auf der Internetseite gucken. Ach hier, die haben was Schönes. Druck mal drauf. Das ist nämlich das Titelbild vom Modellbahnhof. Wer da auf der Internetseite mal schaut, der wird es wiederfinden. Ja, ansonsten. Details zur Lok. Kurz ein paar technische Daten. 16,3 Zentimeter über Puffer. Spitzenlicht. Weiß und rote Schlusslicht. Auf beiden Seiten vorhanden. Stromabnehmer. Alle vier Größen, die der Taurus auch besitzt. Kurzkupplungssymptomatik. Also diesen NEM-Schacht. Und Plax 12. Die ist jetzt analog. Aber man kann sie natürlich auf Plax 12 umrüsten. Also digital. Mehr dazu. Entweder bei Tillich direkt. Oder auf unserer Internetseite. Da, wenn ihr die Artikelnummer eingibt, werdet ihr auch was zu der Lok finden. Also sicherlich nicht zu der, weil das ist eine Spezialanfertigung. Aber zu Lok an sich. Genau. Das soll es jetzt eigentlich fast so schon gewesen sein. Wie gesagt, außer nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kann es ruhig nur nochmal sagen. An den Ingolf, der mir das Ding hier kostenlos hinstellt. Das Vertrauen in mich hat. Ich meine, wir arbeiten jetzt schon ein gutes Jahr zusammen. An der Werbung für euch war ich auch schon immer dort, seitdem ich ein Kind bin. Also kenntun wir uns. Mittlerweile helfe ich auch mittel aktiv in seinem Verein damit. Jetzt am Wochenende nach meinem Nachtdienst werden wir auch wieder ein bisschen was reißen. Da auf jeden Fall gespannt sein. Dieses Video Samstag, wenn es rauskommt. Dann bin ich in der Zeit schon wieder mit dem Stemmhammer im Verein unterwegs. Und tue da fleißig Wände raushacken mit Platz ist für die Anlage. Diese Kirmesanlage, die wird es nächstes Jahr in Erfurt zu sehen geben. Eventuell vielleicht sogar was in Dresden. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich da hinfahre. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche mir noch einen wunderschönen Tag. Schaut gerne mal hoch auf Instagram und auf Facebook und so weiter vorbei. Die ganzen Daten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Euer Steven. Und tschüss.